Appenzeller Moschbröckli Für mich ist Appenzeller Moschbröckli ein sehr hochwertiges Produkt mit einer langen Tradition, die wir hier im Bratenmose Bleistpezialitäten herstellen. Es erfüllt mich mit Stolz, dieses Produkt jeden Tag zu begleiten, jeden Tag aufs Neue wieder kontrollieren und am Schluss auch den Zufrieden kommt, die Töre haben und auch Moschbröckli essen kann. Ich bin Reto Faustler und arbeite schon 16 Jahre hier. Ich bin leidenschaftlicher Metzger beim Bratenmose, weil hier das Metzgerhandswerk wirklich gepflegt wird. Wir haben ein sehr familiäres Betriebskleiner und alle Produkte werden nach traditionellen, von früher überlieferten Rezepten hergestellt. Ich bin sicher, dass der Kunde unsere Leidenschaft in diesem traditionellen Appenzellerprodukt spürt. Gitarrenmose Untertitelung des ZDF, 2020